Schon auf die Pansdruhr, liebe Mitglieder und Freunde der AHK. Ich weiß, viele von Ihnen werden trotz des guten Frühlingswetters zurzeit von eher düsteren Gedanken verfolgt. Trotzdem wünsche ich Ihnen, dass Sie in den nächsten Tagen ein bisschen zur Ruhe kommen können, dass Sie positive Inspiration finden und dass Sie auf jeden Fall gestärkt aus dem Wochenende und den Feiertagen hervorgehen werden. Mit vielen von Ihnen haben wir in den vergangenen Wochen schon gesprochen. Diejenigen, die wir noch nicht erreicht haben, werden wir auf jeden Fall noch kontaktieren. Uns interessiert, wie es Ihnen geht, wie wir Ihnen helfen können. Bleiben Sie mit uns in engem Kontakt und nehmen Sie unsere Angebote sehr gerne wahr. Ich bin fest davon überzeugt, wir werden aus dieser schwierigen Zeit mit neuer Inspiration, mit Ideen, mit Innovationen und auch wieder mit Erfolg hervorgehen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten AHK-Teams frohe Ostern. Bis auf Wiedersehen!